du waffst du schutz vor feuer falls wir uns selbst verbrennen ja schaut nicht ganz so toll aus gerade wir brauchen viel zu viel gold für die klerikalen zauber für die lichtzauber für die schattenzauber für die npcs für sachen zum pferd zaubern für bessere rüstung für bessere rüstung weil es gibt wesentlich bessere als die die wir jetzt haben einfach so beim händler zu kaufen die kosten nur viel zu viel na gut wir gehen jetzt hier rein töten ganz viele werwölfe und kriegen so hoffentlich genug gold zusammen und sich bezweifle aber vielleicht hier ganz viele schatztruhen irgendwo genau ihr jungs dahinten feuer war jetzt ein bisschen weiter auch nach links auf den da das war eine reihe von denen ist tot ich überlege gerade ob das andere vielleicht mehr sind aber die stehen doch ziemlich dicht gepackt in denen nicht du du rechts da habe ich einfach passt aber die gegner arten sind schon mal sehr gegen kommen hier für unsere gruppe wenn sie nur ein bisschen mehr gold dabei hätten oder mehr kisten hier dagegen verteilen würden so zählen wir mal 9700 11.000 ich habe nichts gesagt die haben genug gold dabei das machen wir noch ein zweimal denn ist gut gucken wir kurz auf die andere seite da waren wir noch gar nicht hey du kommt zwar nicht so viele rand aber wenn mal einer rand kommt wäre schon ganz schön wenn schon wieder so ein boss coil ist die falle jetzt hier wieder ausgelöst schon wieder boss coil hier sind definitiv irgendwelche fallen richtig weg weg mit euch krankheit 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 gemein gift bin ich inzwischen nicht mehr sicher weg mit ihm weg mit ihm mit dem die jetzt zwar auch gold aber trotzdem umgegold also wenn bestimmte punkte überschreiten wird irgendein alarm ausgelöst oder ein Wachposten alarmiert und Verstärkungen tauchen hier hinten auf. Kraftheilung. Okay, das heißt, wir nehmen etwas Abstand, ruhen uns nochmal aus, Waffen hoch und laufen dann im einen in einem Marsch da durch, ohne umzudrehen. Also wenn wir jetzt jedes Mal zurücklaufen, lösen wir jedes Mal wieder die Fallen aus und dann kommen wir nicht wirklich voran. Deswegen versuchen wir es jetzt in allem Anlauf. Du, 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 Segen. Du. Tag der Götter. Du. Schutz vor Feuer. Hast du noch irgendwas Tolles? Wir schießen nicht mit Geschossen, die haben keine Zaubersprüche. Nö. Wir sollten keine Zaubermutterballern für irgendwas, was wir nicht wirklich brauchen. Goodie. Also. Linksrum. Nicht umdrehen diesmal. Aru. Da ist das Aru. Okay. Kling, 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 kling. Weg mit euch. So weit, so gut. Für Schleim. Ich will nicht gegen Schleim kämpfen. Schleim ist doof. Schleim ist doof. Inferno. 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 Okay. Kleinkram ist schmutzig. Kleinkram fliegt. Nochmal kleinkram ist doof. Oh. Dein Helm ist kaputt. Du da, da, da. Fertig. Werno. So. Jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Platz. So ist gut. Aber irgendwann hat er noch wieder einen Schlag abbekommen. Da, ein Ring ist kaputt geschlagen. Gerogon kümmert dich sofort drum. So. Kaputt. Kaputt. Komm schon. So, weg mit dir. Also das mit einem Anlauf wird nix. Das kann ich ja jetzt schon sagen. Wir mussten für die Schleime viel zu viele Zollpunkte verbrauchen. So. Ist da irgendwas drin von Wert, was wir verkaufen könnten? Ein Ring. Oh. Oh ja, ein bisschen was. Aber ich weiß nicht. Zehn Goldmünzen. Nee, komm. Ups. Fünfzig Gold. Was soll's. Das sieht schon besser aus, auch wenn es nicht wirklich viel ist. Zweihundert, zweihundertfünfzig und hundert. Also, ist das... Ist da noch mehr Schleim? Nein. Noch ein Heuler. Au. Au. Gerogon ist jetzt nicht tot. Komm, 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 komm. Auf. Du. Heil ihn. War ja nicht eben noch einer? Ja, da ist er geflohen. Gut. Lay hat noch schön viele Zollpunkte. Du. Krankheit heilen. Gleich nochmal Krankheit heilen. Den Kraft heilen. Und dann... Sollte man sie eigentlich schon wieder zurückziehen. Krankheit heilen. So. Ja. Da auf dem Rückweg sind Gegner. Hier sind überall Türen, wo bestimmt auch Gegner hinterher sind. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Und noch viel schlimmer ist, Talana hat keine Zollpunkte. Moment, warum ist die Tür zu? Da kommen wir hier. Oh, oh. Ups. Du, Zauber, Krankheit heilen da. Du, Zauber, Stadtportal. Raus hier. Gut. Das hätten wir auch geklärt. Du, Krankheit heilen da. Und schlafen gehen. Geh weg für 30 Tage. Das klingt gut. Ist doch ein Zacken härter als gedacht. Das kannst du verzaubern. Trefferpunkte plus 7. Nö. Aha. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Plus 10. Was hast du? 5 plus Intellect und Charisma. Ja, nö. So. Du, 5 Intellect. Du hast gar keinen, ne? Hör uns wieder mal den an. Aber ja. Daran sieht man, wie schlecht teilweise unsere Ausrüstung ist. Wir finden Sachen, die wir noch gar nicht anhaben. Das ist nicht gut. So. 14.000 Gold. Ich glaube, ich springe mal ganz kurz nach Freehaven. Und suche jetzt Irrsinn heilen. Und andere klerikale Zauber, die noch so fehlen. Was haben wir denn da? Also Krankheiten können wir heilen. Gift können wir noch nicht heilen. Gift heilen wäre also wichtig. Irrsinn heilen. Und dann gucken wir mal. Also geht jetzt wieder die Suche los nach den Schulen. Hier war Erde oder Feuer. Erde. Gelehrten Gilde des Körpers. Die Magie der Heilung. Kraft. Steigert vorübergehend die Attribute Stärke und Ausdauer eines einzelnen Charakters um 10 Punkte plus 2 pro Fähigkeitspunkt. Ich glaube, das war ein Licht-Buff mit drin. Krankheit heilen. Haben wir Gift heilen. Gift heilen ist gekauft. Kraft heilung. Haben wir Fliegende Faust. 30 Schadenspunkte plus 1 bis 15 pro Fähigkeitspunkt. Der ist auch gekauft. Damit sie endlich mal ein bisschen mehr Schaden macht. So, also der Standard-Zauber ist jetzt nicht mehr Bolzen, sondern Fliegende Faust. Okay. 6200 Gold. Das reicht nicht wirklich lange. Feuer. Kein Haus. Hinten war Wasser und hier war nur Lehrer. Ha. Also ja, an der Ecke bin ich recht häufig. Deswegen erinnere ich mich auch immer an die Schule da. Aber andere klerikale Schulen in Freehaven, das ist immer so eine Sache. Ich weiß, es gibt sie. Aber die verstecken sich. Hier sind Klikalizien. Wow. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Verkaufen. Weg, 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 weg. Danke. Komm bald wieder. Basta könnte Schule sein. Gelehrtengilde des Geistes. Umnachtung, nein, Präzision, Massenfurcht, Telekinese haben wir, Nervenschock, Hirn, Irrsinn heilen. 4300, der ist gekauft. Lähmung heilen haben wir, glaube ich, auch nicht. Ist auch gekauft. Sehr gut. Okay. 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 Ja, das ist doch mal gut gelaufen. Haben jetzt ein paar mehr Zauber im Reservoir. Sind aber trotzdem nicht wirklich viel stärker. Das heißt, wir können nicht in allem Rutsches bei den Wildwölfen durchgehen. Hatten wir hier noch irgendwas? Da oben? Und da ist auch noch was. Lass mal ganz kurz da hinfliegen. Irgendein Dungeon, wo man Beute machen könnte, ohne viel selber Schaden zu nehmen. Wäre jetzt genau das Richtige für unsere Goldreserve. Also hier vorne waren Schützen. Wo war hier vorne? Ah, da. Zauber mit Wohrigen. Zauber mit Wohrigen. Das wäre aufgeklärt. Wusch, 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 wusch. Wusch, 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 wusch. Oh, 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 oh. Wir brauchen noch Auge. Das sind nämlich ein paar mehr. Und auf der anderen Seite waren die Magier, glaube ich. Oder? Ja. Da sollte ich echt keine Zauberpunkte verschwenden. Genau, komm her. Geht tot. Nicht von da unten brutzeln. Das gemein. So, weg mit dir. Also, was haben wir hier? Mondtempel. Oh, Schlangen. Feuerball. Waren die hier nicht schon mal? Dann wären aber keine Gegner da. Ist ja komisch. Inferno. Inferno. Weg mit dir. Weg mit dir. Aber viel Beute machen ist hier auch nicht. Cobra-Eier. Ja. Sehr schön. Ne. Ne. Hier können wir später wieder hin, wenn wir der Vollständigkeit teilbar noch ein paar Dungeon erledigen haben wollen. Aber nicht für schnelle Beute. Gucken wir uns hier unten um. Hier unten war auch eine Stelle, wo man so ein Haus hat rauslucken sehen. Da, genau. Da waren wir also offensichtlich noch nicht. Hier. Noch mehr Schützen davor. Torregen. Busch. Sternfeuer. Au. Na gut. Wenn ihr so wollt, dann halt so. Das bringt schon fast mehr, als irgendwo reinzugehen. Einfach nur die Leute draußen töten. Hm. Ne. Ich will gucken, was da jetzt drin ist. Grab von Aestrik, dem Verrückten. Der erste Hexer. Oh. Wo sind wir? Oh. Hier ist mir nicht wohl. Ja, Gehrubern. Hier ist dir nicht wohl. Okay. Schädelhaufen. Bewegt sich nicht. Äh, dahin. Taka, 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 taka. Ah, ist eine richtige Tür erwischt. Goodie. Du, mach bitte ein. Segen. Du, facklicht. Oh, es wird, äh, das gibt es in Schiller einfach. Gut. Kaputt. Und es gibt ein bisschen Gold. Oh. 1367. Und wenn wir krank werden, halten wir uns einfach. Das passt denn, ja. Ja. Ich bin... ...